Hallöchen Leute. Willkommen zurück. Zu Rooftops. TTT. Ich mag Rooftops. Habt ihr auch ein Dach? Ich hab ein Dach, aber nicht über dem Kopf. Mein Dach ist schwach. Klopft dir einfach ein Haus. Ich hab tatsächlich ein Dach direkt über meinem Kopf und dagegen klopfen. Ganz toll. Bist du irgendwie in einem Spielzeug bitte oder so? Warum wurden die denn schon rumgeballert? Das feier ich irgendwie auch nicht. Oh ne, auch noch der. Jetzt ist Maeve nicht gemutet. Das ist ne gute Frage. Also mit dem nicht auch noch der, da hab ich natürlich nicht dich gemeint und Maeve, aber naja. Willst du ein bisschen Sprüche mich ablassen hier? Ne. Willst du Bischofs werden? Vorsicht mal, ich hab Duel Leads. Oh oh. Und ich rede nicht vom Controller. Ich hab was besseres zum Schubsen als das Dick. Oh nö. Nö. Genau deswegen. Genau so was dachte ich. Maeve jetzt weg. Äh, er wollte dich schubsen. Oh, da ist eine Brücke. Pass auf. Äh, oh ja, ja. Pass auf. Achso. Das meinst du mit? Pass auf. Okay, ich verstehe. Er schießt auf dich. Niemand hat auf mich geschossen. War falsch, Schaden. Aber Ricky steht da. Ricky hast du geschossen? Ja, aber Ricky ist fast tot. Der Blocker ist tot. Das war Ricky. Ich dachte mir, ich schieße einfach mal. Der ist jemand? Fuli, hast du Blocker gesehen? Ah, ich meinte Fuli. Und Ricky war der Blocker oder nicht? Ja, ja, hab ich gekillt. Ja. Ja, ich hab's gesehen. Ah, Boggy ist safe. Johnny ist okay, wenn ich den Traitor-Körper runterwerfe oder brauchst du den? Ich werf ihn weg. Was war dieses Amp? Ich heiß nicht Johnny? Das ist gar nicht. Wieso wird mein Name gesagt? Das, äh, das, 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 das. Scheiße. Aber ich hab, ich hab dich geschossen, Morgi. Du warst so geschwächt, Ricky und hast nichts gesagt. Aber du warst so geschwächt wahrscheinlich. Ich hab die ganze Zeit gesprochen in-game. Ich hab gesagt, hallo, hört ihr mich zu? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Nee, niemand hat dich gehört. Ich glaub, es hat keiner gehört. Das ist einfach nur geschwächt, ja, und du hast nichts gesagt. Nee, ich, ich wollte aber tatsächlich mit euch sprechen. Du hast dich einmal kurz im Discord immuten und hast M gesagt, dann hast du dich wieder... Ja, stimmt. Spricht dich aus, Ricky. Oh, wenn man hier ein Superschaf bekommt, Freunde, dann geht's aber richtig los. Dann gibt's da mal einen Remi und einen Demi. Und einen Ramba und einen Zamba. Uh. Detective... Ne, warte, Detective ABP ist scheiße. Nein. Nein! Wieso tust du das? Der war komisch mit Pistolen in der Hand unterwegs. Wissen wir... Der Tarnow hat auf mich geschossen. Ich hab den geschwächt. Ja, ich hab ihn gerade gekillt mit einem Sniper. Okay, dann geh ich mal zu Sean drüber. Er ist da drüben, aber ich weiß, wie komm ich da hin? Ich hab keine Waffe. Ich hab übrigens einen Ohrwurm, aber ich hab das Gefühl, ich bin der Beste, den es hier gibt in der Gegend. Oh, shit. Ich dachte, weil der Pistel so komisch hochschaut, dass er gleich eine Traitor-Waffe zückt. Na ja, na ja. Ne, ich bin cool. Das ist einfach von auf... Darf ich mit dem Date rumhängen? Bei dir fühl ich mich, glaub ich, am sichersten, Mogi. Also, wenn du Maeva traust, auch cool, aber... Achtung, Deutsch ist hier? Na? Ja, ich hab hundertmal Hallo gesagt. Achtung, Achtung, Deutsch ist hier. Bist du gerade runtergefallen, Hockey? Oh mein Gott, Hockey ist... Das war sehr schockierend. Was? Wo ist Hockey? Er ist rückwärts gelaufen und ist runtergefallen. Oh mein Gott. Weißt du, der... Also, natürlich dem Bier als Detective war Hockey der Einzige, den ich getraut habe. Hm. Das Gefühl, ich trau Maeve gerade nicht. Maeve wird nicht loswerden. Ich hab hundertmal, äh, gesagt, ich bin da. Dann sagt er... Oh, Döschke. Belebt da ich noch alles? Die Fläche wurde von einer öffentlichen Ordnungsrolle untersucht. Wir haben nur eine öffentliche Ordnungsrolle. Oh, das bleibt Johnny! Johnny wurde gerade erschossen. Johnny wurde gerade erschossen da oben von... Von dem, äh, vom Helikopterhalteplatz. Aber dann kann's ja nur noch... Ah ne, er war Traitor. Zombie... Zombie lebt noch. Dash, gell? Ach, Dash, gell? Hör doch auf. Wo ist der Weeping Angel? Da ist er. Jetzt ist er weg. Dash, gell, der Weeping Angel ist weg. Nice. Du hast noch gelebt. Oh mein Gott. Ja, der Weeping Angel kam nicht hier hoch. Oh mein Gott. Wir haben eine echt schöne Amor-Runde. Wir haben einfach nur auf dem Dach gechillt. Obwohl, der hat auch noch gelebt. Ich bin in so einem krassen Gefecht gestorben. Es war ein richtig geiler Duell, ey. Heftig, Mann. Samuel und ich waren nebene. Meine Runde war so lame. Also schade, dass ihr's nicht mehr anschauen konntet. Naja, egal. Ich hab's gesehen, ich war zutiefst beeindruckt. War total, oder? War richtig geiler. Es war, es war. Und dann gehst du in Position und dann schießt. Wahnsinn. Ja. Ich dachte, ich bin so voll sneaky unterwegs. Voll sneaky. Oh mein Gott. Naja, schade, dass Hockey nicht aufnimmt. Oh mein Gott, Ricky. Hallo. 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 Bist du nicht Ricky, aber das okay? Ricky, du kannst den Fall lösen. Ich bin der, ich bin diesmal der Drunk. Das heißt, früher oder später werde ich aufwachen und dann werde ich ne Rolle bekommen. Ich hab auch ne Rolle, die ich nicht erwähnen will, aber ihr lasst mich bestimmt, ne? Was? Ich kann euch auch besprechen oder so. Ne, ich werd vielleicht später selber noch Traitor. Zombie da drinnen. Da drinnen im Raum ist einer, den kannst du töten. Da drüben rechts, in dem Raum. Geradeaus. Ich seh's, aber der ist AFK. Und da ist jemand AFK? Ja. Ich hab Freunde gefunden. Hallo. Hallo. Warte, warte. Wir können ihn mit dem Koffer schieben. Ah, ist zurück. Können wir trotzdem noch machen. Diesmal, es war kein Traitor-Shop, ähm. Schieben wir doch damit ein bisschen. Das ist der längste Traitor-Shop der Welt. Warte, hier liegt überall Dynamit drin? Ja, das ist eine Traitor-Falle hier drin. Kann ich raus? Das ist, äh, ja, wie schön, dass wir alle hier drin stehen. Ja, keine Ahnung, warum du hinterher rennst. Oh, ich bin drunk. Wenn ich lang genug lebe, werde ich irgendeine Rolle zugewiesen bekommen, Dashki. Ich bin so aufgeregt. Oh. Oh. Aktuell bin ich nämlich in keinem Team. Das möchte ich nochmal anmerken, falls Traitor zuhören. Ich gehöre keinem Team an. Okay, gut zu wissen. Ich möchte dieses Erlebnis visuell festhalten, indem du Traitor wirst und mich dann erschießt. Ja. Ja. Was haben wir von dem Clown? Ich bin es runtergesungen. Tut mir leid, Dashka. Was habe ich gestanden? Mich retten? Oh, nee. Ich brauche keine Rettung. Ihr drei ist das neue Traitor-Team jetzt. Tötet den Rest. Aber ich will nicht, dass die Klammer verlieren. Nee, ich... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Rest stimmt. Ricky zählt ja nicht dazu zu uns. Wir dürfen Ricky töten. Das Problem ist halt, dass ich unschuldiger werde. Es tut mir leid. Das hätte ich machen sollen. Es gab nicht viele Optionen. Hast du lustige Waffe? Brandgranate. Die ist nicht lustig. Sonst wäre ich halt gleich erschossen worden. Moggi? Ja. Er hat uns noch gestanden, dass der Traitor getötet. Ich habe einen Traitor getötet. Er hat uns noch gestanden, dass der Traitor ist. Wir wollten ihn noch beschützen. Nee, wollte mir nicht. Ich wollte schon nicht selber Traitor. Weil da wurde ich unschuldiger. Da wurde ich nervös. Achso. Ey, ich bin hier jetzt... Ich bin hier... Ich bin hier... Es kann nur noch Schorn sein. Er ist es nicht. Kann nur noch Schorn sein. Kann nur noch Hockey sein. Nein, ich habe einen Traitor getötet, Mann. Was willst du von mir? Ja, Johnny. Und ich bin Stucky. Ich habe mir gestuckt. Ich habe die Kisten kaputt. Dann drück dich doch mal. Es bringt nichts. Ich drück... Ich drück mich die ganze Zeit. Na egal, bleib ich halt hier so. Mach's natürlich dann. Warte, ich habe was. Vielleicht Disco oder so? Ist es Disco? Ja. Okay, sehr gut. Er hat nichts gebracht. Egal. Doch, doch. Ich bin draußen. Hallo, Maeve. Ich bin Zombie. Kann es sein, dass ich mich sassel? Egal. 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 Ich habe keine Ahnung, was mit Ricky los ist. Aber... Glaubst du, da lebt noch jemand anders? Was machen die da hinten? Wer hat den Zombie getötet? Es war ich. Es war ein Moment der Schwäche. Ich wusste, dass ich gleich unschuldiger werde. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Wenn er es sieht, erschießt er mich. Traitor. Ja, ja. Aber es war... Naja. So, Ricky ist in der Traitor-Falle drin. Stirbt er jetzt? Oder? Was will Maeve machen? Nee. Maeve ist komisch. Was ist Maeves Plan? Wollen wir ihn einfach erschießen? Sollen wir? Ja, ich habe schon einmal geschossen auf ihn. Nee, nee, nee. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Oh mein fucking Gott. Siehst du es? Oh mein fucking Gott. Wer war... Was? Wir sind nicht von ihm. Scheiße. Auf mich wird geschossen. Auf mich hat jemand geschossen. Weißt du das, Ricky? Nee, nee, nee. Fully's Traitor. Fully's Traitor. Lebt Fully noch? Ja, Fully ist es. Gott! Hier, Mogi, Mogi. Heil dich. Mogi, komm her, heil dich. Mogi, komm her, heil dich. Jetzt muss ich die Leiter runter. Oh Gott. Komm her, heil dich. Hättest du vielleicht irgendwo hinstellen können, wo wir nicht so offen dastehen? Wo ist Hockey hin? Oh Gott, wo ist Hockey? Hockey? Ja. Hockey. Ja. Oh mein Gott. Ich weiß leider überhaupt nicht, wo du bist. Ich weiß leider überhaupt nicht, wo du bist. Oh, ich glaube nicht. Ich weiß exakt, wo du bist, aber das ist ein Doorbuster, oder? Nein. Einer muss es riskieren. Fully ist hier drin, aber da ist ein Doorbuster. Kein Problem. Einer muss sich... Der Cloud! Der Cloud hinter dir! Was zum Fick? Warum hat der geschossen? Nein. Ja, er war einfach blöd. Er war einfach blöd. Jetzt habe ich so viel Industries gek... Oh mein fucking Gott. Okay, er hat richtig umgebracht da drin. Nein! Alter! Fully, oh mein Gott. Oh mein Gott, wie zur Hölle! Das kann nicht sein, dass das geklappt hat, Fully. Alle ins Tier gekommen. Oh Gott. Es hieß halt Doorbuster, deswegen habe ich mir Explosionsschaden gekauft. Ja, ich dachte Doorbuster, ich dachte. Das war so ein Mindgame. Explosionsschutzwaffe. Dass Hockey einen Doorbuster befliegt und Fully so, ja. Also, da will ich niemanden. Da war nie ein Doorbuster. Auch mit anderen Waffen hätten wir es, glaube ich, nicht geschafft. Warum war der Cloud überhaupt auf einmal da und hat auf uns geschossen? Was soll denn das? Der Cloud. Das ist typisch Gethano. Gethano hat die Situation, glaube ich, nicht wiegen können. Typisch. Er ist auf einmal eingeschlichen gekommen und hat auf uns geschossen. Ich glaube, Gethano war in der Runde auch tatsächlich auf Toilette oder so. Er war ja kurz AFK. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass ich das doch packe. Ich habe mich so allein gefühlt. Gute Runde, Fully. Sehr geil. Das ist überhaupt keine gute Runde. Ne gute Runde. 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 Ich hab zwar gesagt, wenn der Clown stirbt, dann wird er nicht mehr... also da wird er nüchtern. Ja, hoffentlich. Das ist ein Fakt. Ich mach schon ganz viel Sport, dass ich wieder betrunken... äh, nicht betrunken bin. Wollt der Clown sterben? Ich mein... Der ist gerade irgendwie weg. Er macht das immer. Das weiß ich nicht. Hier war jetzt alles dran. Heimlich, Gespräche finden ja statt. Ach ja. Ach ja. Wo ist meine Taube? Da ist meine Taube. Wieso? Nein! Ich lass ihn laufen. Ich lass ihn in Frieden. Aber in... woanders. Ja. Was wurde denn der... Nein, Maeve, 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 Maeve. Leute, wir haben nen Blocker. Nee? Ich wollte ihn warnen vor der Seife. Ich glaub, du bist gemutet. Ach stimmt, ich bin gemutet. Wo? Ja, da... Direkt am Ende. Was passiert? Ich hab' die gar nicht gesehen. Scheiße. Morgi, geh über die Brücke. Ja. Geh über die Brücke. Ja. Lauf einfach weiter. Ah, komm noch mal zurück. Ja. Aber so ein bisschen mehr hier. Nein, nein. Geh mal ganz links an der Brücke lang. Ich kann hier nicht mehr setzen. Das ist komisch. Was? Was? Was versuchst du da? Kommt auf mich holen. Geld. Er hatte die Hände wie ein Kamehameha. Und ich... Ja, er hat ne Seife gelegt. Das wollte ich grad erzählen. Ich seh Zombie und Hockey da oben auf den Dächern. Hockey? Traitor? Wie? Okay. Sicher? Ja. Nein. Was sagst du, Fully? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ey, ich hab's versucht. Soll ich schießen oder soll ich nicht schießen, Fully? Okay. Aber vielleicht lieber nicht schießen. Wenn wir nicht wissen, was er ist. Okay. Ich brauche Munition oder ne andere... Katze? Miau. Ich hab die Katze. Ja, die hat Miau. Sehr gut. Das ist nur das, was Katzen tun. Oh. Er hat die Leiter runter geschafft. Mhm. Die Brücke ist... Ich würd behaupten, die ist zu risky, lang zu gehen. Wegen den zwei Seifen. Nee, nee, geh mal rüber. Das ist Seife. Okay. Ja, dann hab ich noch nie erkannt. Jetzt hab ich das mit der Brücke verstanden. Ach so. Ich hab mir eh gedacht, der hat ne Seife dort gelegt. Und dann hat er noch eine Versuch zu legen. Jetzt versteh ich das. Oh. Ja. Okay. Du hast deine Rolle ja bekommen, oder? Was heißt das? Und wie ist die Rolle so? Ja, das sagt jeder schon auch wieder, ja. Wo bist du eigentlich? Wirklich? 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 Und Tony lebt noch? Ja, ja. Der steht ganz an der Ecke in offnem Turm oben. So gegenüber. Kommt man da überhaupt hoch? Solltest du eigentlich sehen können von deiner Position. Der ist ja. Der ist ja. Er, er, er schießt mich an vom Bett. Ist er tot, ja? Okay, perfekt. Wir haben Johnny getötet. Er hat mich angeschossen. Was war das mit dem Rollenverschein? Nur geschossen, was man vor die geschossen hat. Er war vorhin betrunken und hat sich ne Rolle bekommen. Schau mal. Da vorne ist Johnny Gleiche. Er hat mich angeschossen. Er ist hundertprozentig Traitor gewesen. Ihr könnt ihn untersuchen. Er ist ja gerade hoch gestorben. Ja. Hä, aber es muss doch einer von den beiden sein. Wo sind die hin? Ich checkste auch nicht. Ich hab Maeve mit der Chance. Okay, ist auf jeden Fall fast tot. Du hast nicht zufällig Munition oder so, ne? Ich habe ne Diegel noch am Start. Ich mein... Ihr habt den ersten nur noch eineinhalb Minuten Zeit. Da unten ist noch ne Rifle. Drück ab, Deschke. Drück ab, drück ab. Ich weiß nicht. Die schießen nicht auf uns. Er drückt nicht ab. Ja, ich verstehe aber auch nicht, warum nicht. Das heißt, irgendwer anders sieht noch. Das heißt, irgendwer anders sieht noch. Warte mal. Deschke? Das bist du. Ich bin Fully. Hocky? Sean. Angeblich ist Johnny gerade erschossen worden. Das heißt, jetzt irgendwo... Ne, warte mal. Sean ist runtergefallen. Ja, aber was? Das heißt, sie müssen sein. Ich glaub, Deschke weiß nicht, dass er als Traitor wiederbelebt wurde. Sie können doch nicht einfach sein, ja. Genau das ist es halt. Aber sie haben nicht auf uns geschossen. Ich glaube, es ist ihm nicht bewusst. Aber wir waren doch auch eben in dem Dingens drin. Sie haben nicht die Traitor-Falle aktiviert. Das stimmt. Oder? Also du warst drin. Ich war draußen. Ich hab Angst davor. Er hat auf mich geschossen. Wer? Wo? Zombie hat auf mich geschossen. Auf welchem Gebäude? Auf der Hälfte meines Lebens weg. Der schießt auf uns. Und Hocky hat gerade gesagt, der Zombie hat seine... Okay, nein. Und nein. Ja, jetzt hab ich immer Probleme. Fuck. Ich bist Zombie. Scheiße. Was ist Zombie? Was ist Zombie für eine Rolle? Ja, versteck dich einfach. Ich war Groll. Und ich bin jetzt Traitor, weil ich von einem innocent gekillt wurde. Ja, genau. Perfekt. Das ist geil. Aber... Äh... Wo ist... Warte, du bist Traitor jetzt. Hast du gemeint? Ist in Ordnung. Ich versuch nur herauszufinden, Zeit vorbei. Toll. Wo war der andere? Wo war der letzte? Das... Das war... Das war nur noch Pulli. 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 Ich hätte die ganze Zeit töten können, aber dann hätten die beiden mich vom Dach weggesnipet. Ich hatte die Hoffnung, dass Pulli auf die beiden raufschießt. Deschka war Traitor, der wurde dann getötet und dann wurde ich vom Pulli getötet. Deswegen war die Runde dann nicht vorbei, weil ich dann Groll war und Traitor Traitor wurde. Ah, deswegen hat die Runde nicht aufhört. Deswegen hat die Runde nicht aufhört. Der steht ab. Nein! Deswegen. Ich hätte niemals euch reichen. Es war noch so viel schmerzhafter, als du denkst, Babe. Ich glaube, ich hätte auch noch nicht geschossen, wenn ich dich gesehen hätte. Aber wir waren beide einfach... Es war noch so viel schmerzhafter, als du denkst. Deswegen hab ich mich vor dir versteckt, weil ich wusste, dass du auf mich schießen würdest, wenn du mich siehst. Deschka hat mich gut eingelullt. Ja, ich bin ja auch volle 15 hoch. Stark. Hab ich was, um dir zu helfen? Nö. Ich hab die Leiter verfehlt! Natürlich hat die Runde dann schon angefangen. Leitern sind aber auch nicht für Ratten gemacht. Muss man ja sagen. Leitern in diesem Spiel sind für niemanden gemacht. Das stimmt. Auch? Aber wir schießen sich da drüben alle. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Traitor oder so. Ich geh einfach mit. Ich weiß nicht so, als ob ich irgendwas machen könnte mit 15 HP. Früher war Executioner. Was ist Mesmerist? Mesmerist, wenn du einen Innocent killst, kannst du... Uh, warte. Dann geh mir doch mal in die stille Ecke, dann zeige ich es dir. Johnny, mute dich doch mal. Wir hören dich immer alle. Okay, ja. Ach, der bin ich. Ja. Wenn du jemanden killst, dann... Geht mal da rein. Geht mal hier rein. Wir waren mal hier hinter dem Schild, oder? Johnny, wir hören dich ingame. Oder hier? Okay. Äh... Der Schmerz! Guten Tag! Hallo! Guten Tag! Guten Tag! Hallo! Wieso? Glaubst du mir? männer sind männer habe ich recht nicht ich glaube nicht dass ich dir glauben wir haben keinen chat über liefer liegt und da werde ich alle mit auch wenn du lebst hör man nicht und das ist auch schon die hat kein scherchen diese company und der idee ist ein doch ist tot hören wir dich trotzdem ja ja immer das ding ist voll oft hört man mich auch nicht obwohl ich glaube ich sollte erst mal eine kleinigkeit essen und dann der würde mich schon wieder zu die war und dann bist du sagt von der schade und der ein weintraub also eine ist ja keine traur wenn es so eine frucht ist dass man johnny immer wieder alles von vorne okay bist du aber zwei weintrauben wiederum vielleicht ein bisschen warum zwei ok jonas ist satt nur so und okay wenn ihr wollt nämlich einmal seid ihr team liebende oder seid ihr hallo nie wir sind team innocent als ich hallo gesagt habe ich gestorben sonst hätte man da um andere symbol richtig ja ja da bin ich so einfach getroffen ich bin extra in bewegung gewesen ach so eine scheiße inno sense aber warum ich bin extra in bewegung geblieben ich habe nur 15 ich habe nur 15 hp das bringt mir nicht viel fucking fully wo ist der blau komm hoch komm einfach aus dem traiter raus raus wo alle anderen Got him? Verdammt, ich wollte dich drauf nehmen, hallo? Ja, das war eine interessante Runde. Danke, Horki. Fester Support. Horki, wieso bin ich gestorben wegen dir? Weil, ich dachte zum Pepeenos-Fans und dann wurde er angeschossen und ich hab dich gesehen und es sah so aus, hättest du ihn angeschossen. Naja, nun. Jo, starke Runde. Starke Runde. Der junge Mann, der den Trailer aufgelassen hat, ist bestimmt der Innocent. Und das ist dein Kommentar, wenn du allein unterwegs bist, Ricky? Hä? Und das ist dein Kommentar, wenn du allein unterwegs bist? Ja, ich bin am Glück nicht ein Mensch, ich bin halt sehr, sehr lachend und spaßig und so. Haben wir einen lustigen Plan für die Runde? Bist du... Nee, also ich bin leider kein Trailer. Bist du einer? Nee. Ich werde auch nicht die Leiter runterhalten. Würde ich dir auch nicht. Doch, da kann ja nichts passieren. Hm. Okay, ich versuch's. Ja, kann nichts passieren. Oh, hier ist man auch sehr selten nur drin. Alter, was ist denn das für ein schöner Raum? Ich weiß nicht, ob er schön ist. Er ist eine Top-Pflanze. Und da geht's noch raus. Hey, Johnny, ein bisschen heimlich im Traitor-Shop. Äh, nee. Johnny! Nein! Oh mein fucking Gott! Hat er es geschafft und ist einfach vom Abgrund gesprungen? Oh mein fucking Gott! Töten wir ihn? Oho? Töten wir ihn? Oho? Du bist sehr sass, Reki. Das ist mein Gesicht. Das ist wie zur Hölle, weil ich mori grad da. Ich kann's echt nicht fassen, wie oft das passiert. Ich sag halt, wie es ist, es ist Hockey. Bestimmt. Nein. Nein, nein, nein. Die hat er das überhaupt gemacht? Nein, ich wollte... Mach das den anderen dann... Ich mag's, dass er überredet, zwei Meter von anderen entfernt ist, aber hört halt niemand. Entschuldigung, was rennst du so? Bist du Trader? Was? Was? Wie? Darf man nicht rennen? Was? Darf man nicht mal mehr rennen? Oder hast du jetzt Angst vor mir? Bisschen Angst habe ich, ja. Oh, ich kann die Kiste nicht steuern. Ich geh einfach wieder. Ich bin halt mal wieder kein Trader. Ich verhalte mich so unshass. Warum sagt er sowas, während das alle anderen hören? Können Sie es aufmachen, ey? Ah, geil. Darf ich auch einen? Hey. Klar. Klar, Mann. Warte, ich fass jetzt Zombie. Zombie? Ja, Tonerler. Zombie hat es aufgemacht. Ich kann es gar nicht aufmachen. Ich erwisch den Johnny noch mit dem Fass. Pass mal auf. Hä, warst wirklich Zombie und er hat es so getan, dass willst du es aufmachen? Ja. Stimmt gar nicht. Ich bin noch hier. Gelügt. Er ist noch hier. Na warte, Johnny. Das Problem übrigens, ich bin Amor, aber ich habe meinen Bogen nicht mehr. Das heißt, ich bin voll am Arsch. Oh mein Gott. Start, Moggy. Das hab ich sabotiert eventuell. Oh. Moggy war geheimer Gewinner. Moggy war das Pass. Das ist so gut. Ach so. Ich finde, als er sprengt fast die ganze Zeit zu dir rübergerollt, Johnny. Ja, das hat so gewackelt. Ich dachte, ich muss draufschließen. Oh, ich hab dich gewinnen. Sag mal, Johnny, hast du, bist du vom Abgrund gesprungen, hast du geschaffelt und bist dann vom Abgrund gesprungen? Wie gesprungen? Ich bin nämlich bei deinem Shuffeln, irgendwann bin ich auf einmal in der Luft gewesen und runtergefallen in den Tod. Ja, das war der Plan. Ich bin runtergefallen. Fully ist beim Porten auch direkt gestorben. Man wird ja mehrere Male geschaffelt. Ja, ja, ich weiß, aber irgendwo muss runtergesprungen sein. Oh, Shuffeln ist ja eigentlich richtig stark auf der Welt. Ja, oder wie auch immer. Ja, ja. Ach, mies. Das wollen wir jetzt nicht öfter erleben. Naja. Wie hättest du jetzt die Runde gewonnen? Ich bin völlig durcheinander geworden. Äh, innocent haben gewonnen. Ah, ok. Ja. Und die Tür wurde aufgemacht von mir. Von mir. Und ich, von mir oder irgendwie. Als Amor bin ich. Als Amor bin ich. Ah. Sorry. Danke, Johnny. Ich wollte so, dass du es nicht weg ist, Johnny. Ich wollte dich erinnern. Immer wieder, Johnny. Ja, wie hast du mich gesprungen? Immer wieder, Johnny. Die Tür, die kann man von innen wieder öffnen, die Tür. Was? Das weiß ich, aber wir, also, warum hast du direkt auf das nächste beste Fass geschossen, was du siehst? Was? Borgi hat so ein Fass possessed gehabt und ist immer zu dir gehüppt. Ich weiß, aber warum schießt du direkt drauf? Hallo, da ist gerade jemand erschossen worden. Ja, wenn die Tür aufgeht. Als lustig ist. Ach man, das war meine Runde, um noch irgendwas cooles mit euch zu machen. Ich bleib bei dir. War das deine letzte Runde? Musst du dann wieder essen? Nee, ich meine, das war meine Runde, weil ich euch alle verarsch habe. Oh Gott, das Schauspiel von Fulia und Gertano, das ist so schlecht. Hast du ja gehört, wer gelacht hat? Oh, Disco Pass. Oh mein Gott. Nicht drauf schießen, ne? Ich bin so impressed, dass noch keiner drauf geschossen hat. Oh, okay. Ich wusste es. Ja, der Traitor ist halbtot. Besser so. Jeder schieß freudig wie du, wenn es für uns Fässer geht. Ja doch, ey, ich nehme jedes Pass mit. Ja, mein Punkt steht nicht wirklich, weil das wurde jetzt gerade direkt zerschossen. Ich wünschte, ich könnte noch eine Kiste steuern oder so, aber... Er will nicht runterschubsen. Nee, die gehen gerade alle nicht. Da würde er nicht sterben. Oh, Rechi, schon wieder. Wenigstens. Ich bin ein böser Mensch. Ganz schön Schubsfreude. Oh, ich wäre es koch. Kann ich das Sprengfass rüberholen? Nee, das nicht, weil da ist halt schon jemand weggesprengt. Okay, ich werde mich verziehen. Alles gut. Ich mag Clowns. Der Traitor ist wieder vollgehalten. Das ist ja komisch. Auf hier ins Club. Nein. Stimmt, stimmt. Du hast keine Kopfbedeckung. Ansonsten dürfst du... Oh mein Gott, ein Discombulator. Hilfe. Wo denn? Ein Disco in die Disco. Hä? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so schief gehen können. Holy shit. Das ist auch nicht wahr. Also, ich wusste ja nicht wie geworfen. Githano ist damit gestorben. Githano ist damit gestorben. Githano ist damit gestorben. Githano ist damit gestorben. Der ist nicht untergefallen. Sind wir uns sicher, dass Riki das... Okay, Dashke. Geh einfach und wir lassen alles. Okay? Alles cool? Ja. Jetzt redest du. Oh, okay. Weird. Ich habe mich gerade nochmal unmuted und... Na ja, überraschend. Fully, fully, fully immer am Traitor sein. Ich geh durch das geheime Maeve Loch, so. Das geheime Maeve Loch? Wenn du Traitor bist, ja, passiert aber... Hatte jeder rein. Ja, aber du kannst ja trotzdem Traitor sein. Oh, oh. Oh mein Gott. Hast du mein Fenster? Hallo? Ich wollte dich erschrecken. Ich wollte dich erschrecken. Der ist nicht drauf reingefallen, Fully. Der ist nicht drauf reingefallen. Den Fenster auch, ne? Ich wollte dich erschrecken. Okay. Okay. Hockey und Fully. Oh, der Dete. Auf den ist Verlass. Maeve auch. Also, Herr Dete. Was ist der Plan? Ganz allein, wenn ich weine. Hm. Bist du scheißen, oder was, Fully? Fully? Ja? Lebt Deske noch? Ich hab keine Ahnung. Wo bist du? Hockey? Die werden sich nicht so schnell finden. Ist ein bisschen nervig gerade, aber... Naja. Machen wir das Kaufen, Mann. Machen wir das Kaufen, Mann. Fully. Fully. Fully Chefmeister. Fully, 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 Fully. Fully, Fully, Fully. Fully, 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 Fully. Fully, 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 Fully. Fully, bis hier hinten. Fully. Fully, sag mal was. Red mit mir. Red mit mir, Fully. Komm schon. Ich rede mit dir. Fully, ich höre hier. Und, wo Bisch? Ja, okay. Wo Bisch, hey? Oh my god. Hardtrip. Okay. Alter. Fully, 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 Fully. Was ist das für Fully-Runden? Ich hab ne extra Detective-AVP gekauft. Ach. Fully hau ich hier für Runden. Ich hab heute richtig raus. Detective-AVP ist scheiße. Was? Was ist das scheiße? Die Detective-AVP. Die muss schwach, ja. Schwach, aber dafür hat sie mehr Schuss. Ich vermisse meine Silent-AVP. War leider Inno-Stuck. Die hab ich nur eins. Okay, meine Sharktop hast du gesehen, ne? Die durfte ich nur zwei, dreimal benutzen, weißt du? Du Adlerauge. Ja, ja. Haben alle meine Kollegen tot? Aber du warst echt Inno-Layton, Alter. Ach, scheiße. Nee, ich meine, hast du meine Sharktop gesehen, da in den Gebäuden? Oben bei den Containern? Nein, hab ich nicht. Weil du bist ein Meter davor stehen geblieben und deine Arme geblieben. Lol, nein, ich hab's nicht gesehen, nein. Oh mein Gott, ich hab's nicht gesehen. Ich hab gehört, irgendwo auf der Map wurde mal jemand erschossen, aber du weißt natürlich nichts davon. Ich weiß natürlich nichts davon, nee. Ach so. Aber wir sind auch erst seit 20 Sekunden auf dieser Map. Ach so, okay. Sag mal Maeve. Da vorne ist ein gruseliger Mann. Glaubst du Dashke ist Sass? Also ich bin hier im Verzicht Sass, weil hinter euch steht die ganze Zeit Explosionsfachs und ich hab noch nicht gesprochen. Komm mal rüber zu dir. Okay. Ich komm einfach mit, weil Mogi sagt, dass ich Sass bin und dann mach ich mich noch mehr verdächtig, bis man mich erschießt. Aber und dann guck Mogi Olha. Oh nööööööö. Nicht schon wieder. Wer hat hier geportet? Au. Und wer war das? Cooli? Bist du ein walligen Temperament unter Kontrolle halt beim nächsten Mal? Ja, das stimmt. Ich habe das ich gehört und dachte mir… Oh mein Gott, der killed mich jetzt. Ähhh. Warte mal, hab ich einen Defibrillator? Also, wen hast du eigentlich gekillt? Maeve, oder? Ah, fuck, Dashkiss Auto. Ich wollte ganz ehrlich sagen, ich war mit Dashkiss und Maeve unterwegs. Ich glaube, die sind safe. Ja. Riki ist ohne Waffe da oben unterwegs. Ah, Riki war ohne Waffe unterwegs. Das ist direkt Sass, oder? Ja. Ach, die Zeit war anders. Ja, Riki hat die Scheiße. Riki hat das gemacht. Nein! Sag ich doch. Riki hat all seine Kollegen getötet, oder? Riki hat nur die anderen Traitor da mit in den Tunnel. Ich war vor allem, ich hatte sogar nicht meine Menü, ich war im Fahrstuhl eingeschlossen. Ich habe nur darauf gewartet, zu sterben dann einfach. Ich wurde auch nur in die Luft geportet. Mit wem warst du denn im Fahrstuhl, mit wem? Dashkiss. Dashkiss war wirklich eine chillige Runde. Aber das Ding ist, Riki, ich wollte das auch machen, als ich den Schaffeelein erinnahe und habe nicht drüber nachgedacht, das ist ja auch bei den Kollegen. Ich hätte denselben Fehler gemacht, glaube ich. Letzte Runde? Ne, noch nicht. Eine Runde machen wir noch und dann eine andere Runde. Okay, okay, okay. Sie sind ganz schön gestresst heute. Alle so gestresst. Er hat es nochmal rum, er hat es nochmal hingekriegt. Ich bin im Traitor-Shop unterwegs, Morgi, oder wie sieht es aus? Ich sage es mal so, Johnny, geh mal weg. Geh mal weg. So. Junge. Ich habe Schaden genommen. Was sollte das? Ja, ich auch. Halt, halt ganz bisschen. Also, wem vertrauen wir? Oh, du vertraust mir nicht. Ich sehe schon, okay. Ne, nicht wirklich. Du hast gegen... Ne, mein Fass ist einfach geschossen, ohne Sinn. Also, ein Fass neben mir erschossen. Okay, verstehe schon. Okay, dann... Was denn? Ja? Ne, dann geh weg, dann. Ich will nicht mit einem Detective arbeiten, der mir nicht vertraut. Schöne Firebrown, wie er da oben steht und nichts macht. Ja, das habe ich jetzt auch gedacht. Wie? Du hast nicht wirklich was getan, um dir das Vertrauen des Detektives zu verdienen, wenn ich ehrlich bin. Er hat uns gesehen. Würde ich jetzt mal so sagen. Da ist was explodiert. Ich gehe mal hier rüber. Ich wollte gerade sagen, wollen wir vielleicht irgendwo schauen, dass wir weiter hochkommen. Ich gehe hier hoch. Dachte ich. Aber scheinbar doch nicht. Okay, das ist die automatische, die ich habe. Nein. Oh, hast du dich wieder riesig gemacht? Oh, mein fucking Gott. Ich dachte, der wäre sehr viel näher. Aber es ist einfach nur riesig und am anderen Ende der Map. Warum mache ich auch diese Sound-Effekte beim Springen? Das ist ein bisschen beängstigend. Okay, sehe ich hier irgendwo irgendjemanden. Auf das kann ich nicht schießen. Hier hinten ist natürlich mein kleines Versteck auf der Map. Das ist mir immer sehr wichtig. Boah, Luigi lebt noch. Ach, komm. Wir bleiben jetzt mal ein bisschen hier hinten. Ach. Niemand wurde identifiziert. Woran ist der DT gestorben? Ah, Nütchen ist da. Oh, fuck. Alter. Die Schafe sind auf dem Weg. Nein, 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 nein. Du hast auch einen losgeschickt. Ja, ja. Letzte Runde. Als ob das alles Traitor waren. Das war, ich habe mich nicht selbst überrascht. Zwar war ein Schaf, aber... Naja, ich dachte schon, dass nur noch Traitor da sind und nicht eine Leiche wurde identifiziert. Ich... Nee, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Wir haben einfach Massaker gemacht. Ich habe nicht was, dass ich fully... May fand einfach sein Abwähnrechter ausgenommen. Das klingt nach May. Gewehr. Es geht ab. Wie kann er sich jedes Mal entmuten? Tu es einfach nicht. Man hört dich im Discord. Headcrap Launcher. Hm. ... ... ... ... ... ... ... ... Nein, 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 das glaube ich nicht. Nein, 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 das kann gar nicht sein, ja schon, du, das ging so auf, ich hätte nicht gedacht, dass es so leicht wird, es war nicht leicht, ist gestorben dabei, aber wer war das, durch was ist das, geht es niemand, wer lebt jetzt eigentlich noch von Traitern? Nein, 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 Morgis Leiche habe ich ganz oben gesehen, die ist tot, okay, okay, Morgis Leiche ist auf der Oto, kann ich bestätigen, ich habe sie untersucht. Oh, Fully, dann ist es wohl, äh, Fully ist noch da, er ist noch komplett abseits. Ich bin noch gemutet, sorry, ich brauche ein Gewehr oder so, lebt Morgi noch? Ne, Morgi ist gerade gestorben. Ich muss vorsichtig sein für diese Explosionsfässer, Leute. Ich habe dir gerade verblieben, dass ich dein bester Freund bin. Ich glaube, es war Morgi. Na schon, alles gut. Warum schießt du die Fässer? Ist er auf mich geschossen und verfehlt oder was war das? Höh, höh, höh? Na, Herr. Oh, ich habe einen Fass. Fass, zeigt mir die Wahrheit. Das Ding ist, ich wollte euch... Wir lassen ihn ganz auffüllen und dann... Ist in Ordnung. Oh mein Gott, aber... Ich meine, selbst wenn du Fässer bist, ich glaube, du kriegst mich nicht tot. Ja, da unten sind die gerade langgegangen. Können die nicht zu uns kommen und uns ermorden, wenn es so wäre? Ja. Ich gehe hier auf. Ich glaube, Fully wird wiederbelebt oder so. Warum wurde Fully wiederbelebt? Hast du ihn umgebracht? Ja, Fully war da tot vorhin. Achso. Könnte ich theoretisch... Ich will noch was ausprobieren. Ich glaube, wenn einer von den wirklich Traitor wäre, wäre er schon hierher gekommen. Nee, nee, das haut nicht hin. Ja, okay, aber warum macht der Traitor da nichts? Ja, weil er sich nicht unauffällig machen will. Oh nein. Ich glaube, das ist 100% Das Dashkey ist ihn bewacht. Oh nein. Nee, er lebt noch. Nein, 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 nein. Mogi, schon wieder mit dem Fass. Nein, nein, ich weiß. Pass auf, ich war Traitor. Ich wollte es zu Zombie rüberrollen. Aber diesmal... Es stand direkt hinter Folie und ich dachte mir, das Fass muss da weg. Diesmal wurde das nichts. Ich habe das Fass einfach abgeschossen, weil es zu mir gerollt ist. Warte mal, haben die Traitor nicht gewonnen? Nee. Bonusrunde! Was, Dashkey war tot? Ach. Ich war tot, ja. Und ich habe Fully und Dashkey in der Ecke gewinnen. Und ich dachte, ich muss Johnny jetzt erschießen, bevor er bei dir ankommt. Und dann kam Gertano von mir. Nee, Moment, ich packe es nicht an. Ich habe Dashkey und Fully in der Ecke. Ich hätte Fully so hinter den Ecke erschießen können. Ja, das macht man höchst, das wollte ich bei ihm machen. Ja, das ist schon klar. Bonusrunde. Bonusrunde. Mogi? Ja? Du bist die Ratte und ich bin die Ratte der Luft. Wir sind ein tolles Team, okay? Ich schieße dich nicht auf das Fass. Danke. Na, warte. So. Okay. Hä, warum? Ja. Nein, Mogi. Das sind zwei Ratten seit. Ja, wir sind die zwei guten Ratten. Lager entschärft. Mhm. Wir sind zwei gute Ratten. Jetzt haben wir kein Fass mehr. Die besten Ratten. Wir können aus deiner Leiche ins machen, Johnny. Hast du Lust? Ja. Hey. Wie wäre es, wenn du nicht immer... Vorsicht. Oh Gott, Hilfe. Fahrstuhl. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann nichts. Ricky, 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 Ricky ist Traitor. 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 Ich glaube, niemand kann mich hören. Niemand schluckt Cola. Dieser Fahrstuhl ist so seltsam. Ricky ist der einzige, der das nutzt. Ist Sashka auch gestorben? Er hat geschossen. Wer war das? Such die Dächer ab, die üblichen Spots. Such die Dächer ab! Also hier ist auf jeden Fall Sashka. Wurde er von dem Gewehrwisch oder so? Warte, ich habe jetzt eine Waffe. Hat schon eine Waffe? Oh mein Gott. Warum ist Johnny hier die Autoritätsperson? Warte, wo steht mit welcher Waffe er erschossen wurde? Der zweite Punkt, glaube ich, oder der erste? War das nicht irgendwie so ein Detektor? Stabbing Damage. Da steht keine Zeit. Stabbing Damage. Jemand hat den hier gemastert fully. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, oder? Oder er wurde gemastert und dann hierher geswappt. Macht das mästert nicht Geräusche? Da hinten sind Hockey und Maeve. Ja, Hockey hat Ricky gekillt. Ah ja, da ist Hockey. Hä, wer sind die anderen Traitor? Wurde man hier rüber? Ich will mal zu den anderen, aber ich weiß nicht, wie man hier rüberkommt. Das war so ein Brett. Oh, Maeve ist Deter. Yes, ich habe es geschafft. Endlich. Hallo. Hockey, wir vertrauen dir übrigens alle. Wirklich? Weil du Ricky getötet hast. Ja, weil du Ricky getötet hast, oder nicht? Ich habe nicht getötet. Habe ich nicht. Oh, dann vertraue ich dir nicht. Er wurde oben meinen Augen erschossen. Ich habe ihn nur untersucht. Ne, da will ich ehrlich zu euch sagen. Ich habe ihn nicht getötet. Dann wurde er weggesniped. Aha. Der Schka hat ihn weggesniped, glaube ich. Ja, also ich habe ihn auf jeden Fall nicht getötet. Wir wurden gestampelt, er war bei mir und dann soll getötet wurden. Er lauft am besten alle auf einem Haufen hier rum und irgendwann wird der Traitor schon was machen. Irgendjemand? Ja, Johnny distanziert sich. Und Hockey auch. In die Pötte. Wie wärs, wenn du nicht auf mich ziehst? Ich bin nur so gelaufen. Mhm. Warum hält sich Johnny hier gerade für den Detective? Kann ich ihm eine Kiste reindrücken? Ja, mein Fass. Ich wette, irgendwo sitzt der Clown. Und weiß nicht, was er machen soll mit seiner ganzen Macht. Mit seinen ganzen Coins, ne? Ja, mit seinen ganzen Clown tot. Na ja. Ich merke jetzt manchmal, das geht an und an. Das ist grad so ein Samzock, Arschloch. Du nennst ihn gar nicht mehr beim Namen. Ja, Arschloch. Ja, okay. Eigentlich schon, ja. Ach, Sean lebt auch noch. Mhm. Will ich noch was zum Snipen, oder? Naja. Darf ich da rüber? Ich weiß es nicht. Sprengfass, Sprengfass, Sprengfass. Pass mal auf. Oh, er hat's nicht geschafft. Warum ist er da runtergeschwungen? Ja. Hey, Zombie, Zombie, was machst du? Wir sind super viel. Ich glaub, das war wirklich einfach ein Skill. Oh mein Gott, warum liegt da schon wieder ein Explosionsfass bei euch? Was macht ihr? Oh mein Gott, ich hab so Angst. Kann ich nicht selber damit fliegen? Es lebt einfach. Ich geh da weg. Ich geh da weg. Warum geht das zu mir? Was mag euch? Ich werde so fett sterben. Ich werde so fett sterben. Ich werde so fett sterben. Ich fass Gateboard, lass mich in Ruhe. Achso. Ich hör dich die ganze Zeit labern. Er will mich umbringen. Oh, Maeve? Maeve wurde gerade gesniped, pass auf. Der Gegenstand will mich umbringen. Johnny, hör mir mal bitte zu. Maeve wurde hier bei dem Wasserturm gerade gesniped. Ich will aber kurz diesen Gegenstand hier entsorgen. Was haben wir jetzt davon? Oh, Fully ist auch weg. Ach du Scheiße. Soll ich mir doch ein Gewehr machen? Nein, es ist nicht mehr da. Oh mein Gott. Ach ja. Okay, die Person sieht mich auf jeden Fall. Oh Gott. Wer hat da gerade sich ausgerüstet? Aua. Oh, Zombe in den fernen Zweikampf besiegt. Jetzt schauen die Zombe runter. Es war so viel näher als gedacht. Fuck. Hey, du hast recht, Gali. Es ist wirklich geil. Es tut mir leid, Mann. Ich hab gegen jemanden gebunken und runtergefallen. Das hat mir noch geschossen. 100 Folgen gedauert. Gute alte Fahrstuhl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.